Die Implosion des Tauchboots Titan lässt die Frage nach der Sicherheit derartiger Gefährte in internationalen Gewässern aufkommen. Denn für die Erforschung der Tiefsee durch Unterseeboote gibt es nach Expertenansicht kaum Regeln oder Vorschriften. Dass das Unternehmen das Tauchboot nicht unabhängig zertifizieren ließ, halten viele Fachkundige für rechtswidrig. Experte Thomas Schönbaum zufolge hätte sich die Firma Ocean Gate ein US-Recht halten müssen. In der US-Lawie gibt es ein 1993 Passagevessel-Safety-Act, das Regulatungen hat. Und die wichtigste Regulatung ist, dass die Submersible für die Sicherheit zur Sicherheit vor der kommenden Venture zu haben. Fachleute fordern internationale Vorschriften und unabhängige Stellen einzubeziehen, um Tauchboote zu zertifizieren. Ich denke, wenn es um Klassifizieren und Regulatungen sind und Regulatungen sind in place, ich denke, es wäre ein viel mehr stärkeres Inspektion von dieser Submersible. An independenten Klassifizieren zu examen die Kraft und zu entscheiden in advance, bevor es unterteilt any passengers' transport, Zuletzt waren Vorwürfe laut geworden, dass die Entwickler und Betreiber des Tauchboots anerkannte Standards umgangen und Warnungen missachtet hatten.